Herzlich willkommen hier zu Battle Bay. Das Ganze hier wird gerade hergestellt und jetzt gucken wir mal wie das Ganze aussieht. Ich hab einfach mal gedacht, ich spiel jetzt einfach mal an, egal wie alt dieses Spiel ist, ich hab keine Ahnung, ich hab's nur gesehen, hab gedacht, das sieht eigentlich ganz lustig aus, grafikmäßig nicht schlecht und deshalb beginnen wir einfach mal. Okay, das kann jetzt vom Sound her so ein bisschen, ich sag mal, an manchen Stellen ein bisschen verschieden klingen, weil ich das Ding jetzt tatsächlich bewegen muss. Ne, muss ich gar nicht, ich muss gar nicht bewegen. Ich kann wahrscheinlich bewegen, aber man kann auch mit tippen, alles da. Festhalten, ein guter Griff ist wichtig, versuche den Bildschirm mit beiden Daumen zu berühren. Entspann dich, du kannst deine Daumen vom Bildschirm nehmen, aber sei wachsam, du könntest sie bald wieder brauchen. Okay, das sind Verbindelschiffe, folge ihnen. Ja, ich würde aber gerne ein bisschen schneller fahren. Übernimm die Führung, bewege dich so lange weiter, bis du den grünen Pfeil da vorne erreichst. Ich bin mal gespannt. Das Ganze kommt von Rovio, die haben ja auch Angry Birds gemacht. Okay, voll crazy. Ha, okay. Wir haben noch eine kleine Nachladezeit. Schnell raus hier. Ja. Okay, grumpy turn. Nee. Tramp wird wahrscheinlich schon vergeben sein. So, jetzt haben wir einen ersten kurzen Einblick hier bekommen. Allerdings kann ich mir den Partner so viel länger ziehen. Das tut mir jetzt total leid. So, nach einer kurzen Pause spiele ich hier mal weiter. Dieses Mal ohne Musik leider. Doch mit Musik anscheinend. Ich habe gedacht, die ist gerade ausgegangen. Aber nee, in dem Fall spielen wir einfach hier weiter. Ich werde da jetzt wahrscheinlich, also es sind jetzt zwei Teile, die ich jetzt hier aufnehme. Also das ist ein bisschen blöd gelaufen beim letzten Mal. Da muss ich so ganz schnell aufhören. Aber wir machen das hier einfach weiter. Das muss ich dann in dem Fall nachher einfach noch schneiden. Worauf ich eigentlich wenig Lust habe. Aber ich mache es einfach. So, mehr können wir ja nicht machen. Mehr machen wir auch nicht. In dem Fall geht es zum Battle. Oh, jetzt spielen wir gegen richtige Leute. Genau, das war ja das Problem. Hier geht er da rüber. Was ist das? Was ist denn das? Oh Mann, 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 Mann. Also da komme ich noch gar nicht mit, klar, mit der Steuerung. Oh, Backe. Shit. Das war ich erstmal dagegen. Alles klar, komm. Okay. Vielen Dank. Wie fahre ich da in die Richtung? Ah, okay, so kann ich das auch machen. So kann ich das... Das Blickfeld steuern im Endeffekt. Das war schon mal eine nützliche Erkenntnis. Oh, was mache ich denn? Ich habe noch ganz, ganz gut Leben eigentlich. Krass. Ich konnte zwar nichts, aber... Ich habe einfach mal zwei zerstört. Und bin ganz oben. Wie krass ist das denn? Also andere können noch weniger als ich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eigentlich dem Gefecht nicht mehr aus dem Weg gegangen bin, weil ich mich verfahren habe im Endeffekt. Das kann natürlich auch sein. Wo ziehe ich das hin? Alles klar. In dem Fall gibt es ein Battle, ne? Heißt doch nicht sonst Battle Bay. Okay, das ist ja voll spannend eigentlich sogar. Kann ich das nicht anmachen. Kann ich das nicht anmachen? Die trifft ihr nicht anmachen. Das ist ja vollständig. Und dann noch fünf Minuten an auf dem Kopf runterzusehen. Die pierce ist ja vollständig. Dennoch haben wir sie nicht anmachen. Das ist ja vollständig, Das ist ja vollständig. Und dann haben wir das auch nicht anmachen. Was haben wir dann auch einfach. Okay, kann man mal machen, oder? Sind wir eigentlich unter mir einig? Nein. Vielen Dank. Okay. Ich weiß nicht, ob das mit der Musik so gut ist. Das hat noch volles Leben im Endeffekt. So, komm. Komm, fahr. Ja, ich hole schon mal ab von dem Ding. Und zack. Bam, kann man dann... Okay. Gut. Gewonnen würde ich mal sagen. Natürlich, wer hat die meisten Tötungen? Das war ich. Aber ich glaube, wir machen die Musik mal lieber aus. Okay, in dem Fall kaufen wir das. Shooter. Zack. Aha. Schrott. Schrott. Okay, dann können wir das umwandeln und das in dem Fall aufleveln. Nein, ich will jetzt nicht betteln. Ich will jetzt in... In die Einstellungen eigentlich. Ich will jetzt in die Einstellungen nicht. Ich will nicht betteln. Aber in dem Fall müssen wir betteln. Ist ja voll doof gemacht. Aber ja. Was soll's, ne? Ja, aber warum war das jetzt so einfach? Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Warum haben die anderen nur 250 und ich hab 500 Leben? Wahrscheinlich, weil die ein anderes Boot haben, ne? Oh, jetzt geht gleich einiges mehr los, ne? Oh, jetzt geht's mal. Kann man da nicht, äh, man kann nicht schnell wenden, ne? Wuiiii. Warum fahr ich jetzt rückwärts? Und die Steuerung, die find ich noch ein bisschen kacke. Die find ich noch nicht so ganz schlüssig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wuh! Okay. Diesmal sind ein bisschen mehr von uns kaputt gegangen. Aber ich bin natürlich wieder der Beste. Natürlich wäre denn sonst. Darf ich jetzt aber mal in die Einstellungen gehen? Oder durfte ich das vorhin schon? Vielleicht hab ich's doch einfach nicht gecheckt. Kann natürlich auch sein. So, endlich, endlich, endlich dürfen wir hier was machen. Äh, hoh, das ist, hm, hm. Bäm. Keine Musik, bitte. Okay, in dem Fall durften wir das vorhin gar nicht machen. Alles klar. Auch voll gut, dass wir da jetzt so gut waren. Aber können wir da jetzt verschiedene Schiffe auswählen? In dem Fall schon, ja. Aber mit dem bin ich ja bisher ganz gut gefahren. Warum also wechseln? Wechseln, ne? Langsam und beständig gewinnt das Rennen. Der Defender steckt eine Menge ein und nimmt jede Bestrafung dennoch gelassen entgegen. Und trotzdem kann er ja noch eindrucksvollen Schaden auszahlen. Warum auf eine Jagd gehen? Den werden wir auf jeden Fall holen, wenn wir Level 5 sind. Weil das macht eigentlich Spaß eigentlich, ja. Sub-Zero. Aber natürlich kommen wir jetzt auch in höhere Kategorien. Und da wird das nicht so ganz einfach, würde ich mal behaupten. Wo fährt denn der hin? Ich fahr auch mal in die Richtung. Ja, okay. Die haben einfach verschieden viel Leben. Ja. So. 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 Vielen Dank. Warum so rum? Invertiert das dann immer oder wie? Ui, okay, die verfolgen mich. Zack. Hier fahren wir einfach mal nochmal so rum. Bei uns ist schon einer weg. Okay, das war keine gute Entscheidung. Wir sind jetzt auch nicht so schnell. Die anderen sind dann ein bisschen schneller. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ja, ich verkacke natürlich. Willkommen. Wir holen natürlich den Bonus ab. Dazu gucken wir ein Video an. Oh, wir spielen wieder viel zu lang. Ach du Scheiße. Wir müssen doch langsam aufhören. Ach, das Spiel kenne ich. Weg. Ja, wer hat denn wieder am meisten? Das war Icke. Ah, das war es dann eigentlich für dieses Video. Für dieses Video. Von diesem Video. Es macht eigentlich voll Spaß. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich werde das Video so schnell wie möglich jetzt raushauen. Und dann, ja, gucken wir mal, wie das so ankommt. Ob überhaupt Leute das angucken. Bis, ich denke, zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.